es ist dienstag ein zweitag und forsa reisen 2 raus und ich freue mich jetzt schon großer fetzag das der neue biggie smalls das sehe ich ach nice ja 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 es ist ja gut hier schon wieder die leute die müssen mit das sind meine was hey lord voldemort wie haben wir den noch mal ausgeschaltet ich weiß es gar nicht mehr ach ja der mit der panzerfaust ach ne also diese speicherpunkte sind echt blöd du wow deine mutter ich glaube ich lasse mich noch mal töten oder probieren wir es noch mal alles kaputt nigger komm her nein voll umsonst ich sehe nichts ah da ist er ah da ist er drück den schalter drück den schalter ganz fest hey ganz langsam großer ich muss hier mal durch aber egal wir haben den speicherpunkt geschafft kann ich nicht einfach den scheiß felsen da hoch einfach ein bisschen cheat ist doch bei neck erlaubt oder ich hätte doch einfach so durchlaufen können hey digger ups 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 uah 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 drecksack lord voldemort daneben oh um oh relikte ich weiß oh morgen ja gruppenkuscheln gruppenkuscheln ganz viel gruppenkuscheln hey zärtlich zärtlich uah zärtlich zu zärtlich oh man das nervt richtig diese scheiß speicherpunkte ich programmiere das spiel um ey alle drei sekunden kommt jetzt ein scheiß speicherpunkt ups daneben nochmal und schon wieder und aus Maul ach halt ich hab da leutsteine gesehen schau mal da dicke felswand ach relikte ja gruppenkuscheln gruppenkuscheln ganz zärtlich ganz zärtlich haha daneben und schon wieder daneben und nochmal daneben und aus Maul hoppla und daneben und schon wieder daneben und nochmal daneben und aus Maul oh zärtlich zärtlich daneben 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 und aus Maul daneben 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 und aus Maul na endlich shelter da geht rein ich will auch haha oh oh die Tür ist hier und der echte Schlüssel ist gleich daneben Neck sieht ihr nicht sehr ähnlich oder? nicht besonders und hinter der Tür wartet unser Preis Riesenrelikte in unglaublichen Mengen hier steht was geschrieben klingt nicht gut hier steht hinter der Tür lauert furchtbare Gefahr hier steht auf was von einer großen Verwandlung ist aber schwer zu sagen was das heißt besser als mehr als die Ex kann es nicht sein nicht gerade das was wir erhofft hatten den Anhänger des Kleinen zu verwandzen war wirklich schlau von dir diese Karte zeigt wo der Schlüssel versteckt ist in einer Art von Labyrinth mein Schlüssel liegt in meinem selbstgebauten Labyrinth in der Hoffnung dass nur der mit der Weisheit ihn richtig zu nutzen die Prüfung besteht Viktor ich glaube er redet von dir ja aber wo ist er zu spät das wäre neu sie tun doch was immer sie wollen und wie immer sie wollen und egal wie verrückt es ist niemand stellt sich je in den Weg des großen Doktors Lukas dramatische Wendung Ryder du würdest mich aufhalten wenn ich eine Dummheit begehen würde oder auf jeden Fall na los Doc die Seile warten wir sind fast da ich suche mal einen geeigneten Landeplatz wir sind spät sie sind schon hier dafür war der Motor gedacht das Luftschiff misst einen Kilometer na kannst du bitte den Eingang für uns sichern bereit zum Absprung jetzt verbesserte KI Hilfe oh Relikte Spinnen Gift Spinnen hey komm her ups lalalalalala oh Sonnsteine oh Sonnsteine oh ich sonne mich ich sonne mich geh weg was hat der denn ganz viele Spinnen und drei haben die Eier vier Bauer ach wie geil das denn aussieht nice die Lava sieht ja ultra geil aus geil ha special das hebt die Laune yeah Gyroskop was ist das wieder ein geheimnis Detektorteil noch ein Teil ja ich hab Spannung immer langsam hey 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 nix ah heiß oh Granaten wie süß okay oh Relikte ich glaube hier sollte ich aufpassen ich hab nur so so ein Bauchgefühl dass das ein bisschen warm hier sein könnte äh da lang oder ich laufe mal ganz vorsichtig ah okay gut also da dann Sprung Moin Diggers Tschüss Diggers bleibt da noch zur Party es wird richtig heiß hier wenn die Ladies dann kommen Aua noch ein Special geil oh bitte das letzte Detektorteil das wäre Hammer Bein was ist das denn Kummerzählerteil auch noch ein Teil nice ich wette wir haben dann alle Teile beim Endboss zusammen und dann wird sie richtig abgehen diese Steine bröckeln diese Steine bröckeln ach da war was hallo ist ja gut ist ja gut ganz ruhig hat der LSD genommen wow von drei Seiten bombardiert diese Party wird heiß 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 hey aua diese Teile explodieren solange sie irgendwas treffen ganz ruhig zack ah noch mehr Relikte so was haben wir da irgendwie oh Eis jawoll lass mir mein Eis mein Eis ähm Eis ist weg wow echt jetzt oh man das ist so mies das ist richtig mies so jetzt hier ich muss mich abkühlen abprobieren wir uns dann mal in der nächsten Folge weiter mal sehen wo wir dann hinkommen das war jetzt die Dienstag Folge gell ja ich muss mich abkühlen